wie komme ich denn jetzt am besten zu dir wir sind nur in der restlichen sache ich gehe ich wieder raus sobald ich eine aussicht finde ich habe meinen überblick schon wieder verloren hier ist alles sauber das ist jetzt muss ich schnell weg hier oder raus ich muss irgendwas mit der grafik noch mal umstellen das stimmt hier nicht es kann ja nicht sein dass das noch aufstützt es kann doch nicht sein dass ich jetzt nicht mehr weiß wo ich hin muss mir wieder rauszukommen oh mann ey ach man sie ist eine kiste das ganze essen ja ein enderman lauf dem lauf ich darf um dein leben sind ja nicht so gefühlt wenn du sie nicht angucken ich glaube hier jedenfalls falsch das kann ich mal ich habe gold gefunden das ist schön ich würde lieber den ausgang finden der ausgang ist auch auch dahin sag ich mal so ich sehe deinen namen echt du kannst mal stehen ne dann bringe ich dich zum ausgang wo ist du denn ich baue eine wand durch den loch jetzt sehe ich den namen nicht bleib stehen du hast wahrscheinlich ein kleines bild oder ich weiß es doch nicht ich werde mal verstehen ach ich sehe deinen namen ich sehe deinen namen naja hey hier ist ein weg sehr schön stolz auf dich freu dich zua ja ich werde direkt sagen ha Hilfe hier ist noch Eisen ist hier ja können wir alles noch mit gebrauchen die wir alles verloren haben ja na gut ich habe ja jetzt alles wieder meine Sachen nicht wo war denn unser Dungeon so ähm wo bist du da warte jetzt müssten wir nein hier genau hier runter haha das sei geplant und dann hier hoch ach total nervig dann hier hoch glaube ich natürlich nicht und dann wieder zurück fällt hier hoch? ich weiß nicht können sein das glaube ich nicht mehr hier ist ein ist bist du richtig oder? ich glaube ja 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 wir müssen hier noch ein Stück hin hoch ich glaube da oben da oben war das glaube ich mhm irgendwo hier irgendwo ach wie doof von uns ey wir müssen ja nicht hier hoch wir müssen ja nicht hier hoch geht an uns ja nein kann es nicht sein dass es hier ist aber hier glaube ich ich glaube zu viel aber ich glaube ah Moment Moment aaaaaaah und? Creeper so Creeper ist tot noch einer da kommt plötzlich ein Skelett durch die Alter hier sind so viele Monster die Gold Alter, stirbt doch endlich Gold als Eisen hier dreht wie viel Gold hier ist Spiel schließt einfach was ist denn hier los? das frage ich mich auch so finden wir diesen blöden Dungeon nicht mehr sind wir bescheuert Alter hier ist ein Creeper nach dem anderen was ist denn hier von der Kacke was ist denn hier Produktion ja vor allem ist es einfach nur blöd weil ich auch langsam mein Essen ausgeht wo mein es auch ja jetzt muss ich mir mal sagen weiß nicht ich hätte doch ich hätte hier versuchen können so äh ich finde es einfach nicht ich finde den Weg nicht zurück ich bin der Meinung ich bin ganz in der Nähe aber aber tja ich habe ja noch ein paar Rohstoffe ja ich glaube jetzt komme ich dir dann in der Sache schon näher Skelett-Bogenschütze ich glaube ich glaube gleich habe ich es vielleicht verdopfen wohl lieber ja nicht hm Hilfe jetzt gehe ich hier wieder runter und sterbe eh gleich weil ich keinen Ersten mehr habe das ist bitter ja hast du denn Items oder so nichts ja nichts wichtiges ja halt bloß na die Mann habe ich drei Stück so ich krieg das zu essen was das ist schön dass du mir jetzt vergammelte Fleisch auch gibst das hätte ich fast gegessen echt hab ich es gar nicht natürlich halt also hatte ich auch gute war es von mir Entschuldigung das war mein eigenes eben ich habe keinen Gummelfleuch haha hehehe natürlich nicht wo ist unser blöder Dungeon sind wir zu blöd? ich denke AHHHHH OHHHHH das ist wieder so ein Creeper so ein Creeper ich konnte ihn äh mit meinem eisernen Schwert durchtrennen und die danach das Klo runterspülen mh oh man ey das gibt's doch nicht das kann doch nicht fechsen in der Dungeon ich könnte kotzen wie lange brauchen wir noch so ein Obsidian Block abzubauen 15 Sekunden was willst du mit Obsidian? und dann fällt er in die Lava in der Drecksack hehehe fail so am besten wir gehen jetzt erstmal wieder hoch einfach wieder in die Oberwelt und überlegen uns einen äh durchdachten Plan wie wir weiter vorgehen ja ich will ja also 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 du willst nicht den Dungeon suchen sondern erstmal hier raus würde ich sagen oder? dass wir den einfach nach oben ich weiß es nicht ja muss hier aber sein irgendwo irgendwo ja dann lass wieder hoch ok guck ja nochmal kurz rein vielleicht könnt ihr in die Kommentare schreiben was wir als nächstes bauen wollen das wär was ja dann ja dann uns gehen langsam die Ideen aus genau alternativ machen wir mit Minecraft dass wir Pause bis die nächsten Updates kommen weil wie wir äh wie wir äh los rumlaufen ist glaube ich auch nicht so spannend für euch ey das stimmt allerdings oh man so jetzt müsste es noch hoch 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 ich glaube nicht Eisen, 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 Eisen so so ne ich glaube das macht keinen Sinn den Anzug zu suchen ich jetzt auch hier raus richtige Anstände ha ja obwohl ne ich will hier raus ich will hier raus ich will nur noch hier raus so so was tja was nicht heißt dass wir dann auch gleich unser Haus wieder finden ha warum ich hab keine Fackeln das ist natürlich bitter ja das ist echt bitter weil es ziemlich dunkel ist aber es geht ich will hier ja nur raus einfach einen geraden Weg ja genau so ein ah so ist auch mir aufgefallen zack 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 ich glaube ich bin ne auch die ganze Sand hier die mir entgegen kommt oder eher Schutt das ist ja kein richtiger Sand soo ok ich bin gerade irgendwie schnoben nö aber ich hoffe einfach mal dass es nicht mehr so lange dauert ich habe mir das Gefühl ich grabe hier in den Berg rein haha das wäre natürlich ziemlich übel wie na ich höre Wasser das könnte ich höre nur plopp 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 wieso plopp 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 meinsame ne haben wir den Schaufel? ja natürlich haben wir den Schaufel ich höre Wasser ist ganz viel Dirt oh nein ich darf nicht sterben nein 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 ich nehme mehr nur meine Blasen meine Blase so ich bin raus ok ich sehe das aus ich bin draußen ich bin auch raus wo bist du denn? hm ich sehe die Bahnstrecke Enderman und hier ist das volle Programm ist hier ach ich bin direkt beim Haus seh ich jetzt mehr gehts gerade ok cool ach da bist du ja ja interessant wenn ich hier hinten rauskomme haha ah nein ich werde abgeschossen ich musste in den Slalom gehen aber leider sind immer noch keine Tiere in unserem er läuft doch richtig gut ein Minecraft wie komm redest du? pfff ich weiß auch nicht läuft alles gut ja ja das ist der Hammer so ich sehe alles voll mit Creepern und nein da kommt der Drecksack Hilfe ist hier weg nicht sterben nicht sterben nein ich bin im Loch gefangen wie zum Horrorfilm wenn man immer so steuern muss man sich das jetzt ist hier noch so ein anderer Drecksack so steine haben wir langsam genug nicht mehr sammeln bitte hier 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 wo haben wir denn Sand? haben wir doch auch in der Kiste oder nicht? da hier Dirt und Gravel so Wollen wir denn Gunpowder Edelsteiner? vermutlich nicht oh Gott so Natur Flint Kohle so Diamanten so dann müssen wir das alles hier ne? dann müssen wir das hier alles insortieren wir bräuchten noch einen Mitspieler der unsere Kisten sortiert ein Mitspieler? ja ja nö das muss man ja so sagen sonst spielen die ja nicht mit wenn du weißt was ist denn? hä? was? so ich geh mal auf Nahrungssuchen so Nahrungssuche? ja oder? immer nix mehr so weißt du ne was haben wir denn? ja ne Kisse nix mehr doch du wärst wieder meine Sachen reingebracht ich hab nen Kopflosen Zombie ohne Witz hier sind Zombie ohne Kopf haha haha ok ja Nahrung ist jetzt ja nicht für mich warum nich nacht da können wir Zombies essen huah ich hab mich so bitter so bitter und giftig nachgeschmack ist auch nicht so toll sterbt ihr scheiß Zombies oh ne gut dann lass erstmal schlafen gehen oder? ja gucken wie die Melonen fahren da oben schon äh oh hier komm mal komplette ja warte mal ich will auch gucken ich will auch gucken ich brauch erstmal die die Hake hä? was bist du? ich dachte schon wie wär jetzt ein kommil Monster war eingeboren ich dachte schon ein Zombie wär hier oha lecker 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 oha ganze Menge raus aus einer Melone ne ja schnurrlich was guck mal die wachsen eigentlich ok das ist interessant wie haben wir jetzt? 38 ich hab auch 4 das heißt wenn ich hier die ganze Zeit ist auch 4 ok das ist auch gut ja 42 ja so ich weiß nicht wie kann man das noch vergrößern irgendwie bei Schilf oder so bräuchte man nicht ist auch schon wieder Tag du kannst ja auch ich nahrungssuche gehen ja ich baue das hier noch ein bisschen rum äh Melonen ja du siehst ja Schweine wo seid ihr? ich möchte euch schlachten ha Schweine so wie mach ich das denn jetzt am besten am besten ich hunde mal die Melonensaat ne ne ja das finde ich so schlecht ne 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 so das tut so um mir ne das muss jetzt mal so da brauche ich eigentlich gar kein Wasser dann kann ich das wieder zumachen verdammt das zu ne so ich finde hier alle Tiere Tiere wo seid ihr? Kühe Schweine Hühner wo seid ihr? vögel vögel pfff vögel schmecken nur bedingt ja schmecken nur wenn sie noch fliegen n hm 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 ich finde trotzdem gar als ein Huhn ein Huhn Ich bin nicht dumm. Lauf mich wegruhen. Das war dumm. Dumm die Dumme. Oh man. Was ist das denn ein Hühnchen? Ein Hühnchen? Na komm. Lass dich schlachten. Ach nee, das ist schon richtig so. Jetzt müssen wir mal gucken. Leider hat es keine Schere für die Schafe hier. Hühner. Ich finde nur Hühner. Um euch ist auch nichts dran. Das war besser als nix, aber... Oh nein, mal. Nix ist besser als nix? Ist besser als nix, sage ich, die Hühner. Aber ich hätte gerne lieber ein Schwein. Ein dickes, fettes Schwein. Ja. Wildschwein. Von mir aus auch ein Wildschwein. Außer auch ein Schwein mit viel Schweinefleisch. Hier sind nur Hühner. Hier sind nur Hühner. Kleine teilweise. Oder sind die alle so klein, die sind alle so klein. Ja, da ist da wieder ein sehr schlauer Kommentar. In allen möglichen Farben hier die Hühner ist der Hammer. Ist doch gut. Und schwarze und weiße. Streifte. Goldene. Goldbraun. Ein goldbraunes Hühnchen. So, Lone. Bei mir hängt es immer noch.